Da ist Kampfstoff drin, Foske. Nach unserem Kenntnisstand. So wie es aussieht, sind das wohl kleine Nebelpötte. Raus mit euch beide! Darf ich stören? Ja. Jörn Christiansen fährt Bagger unter extremen Bedingungen. Besprechung beim Chef. Machen wir das hier gerade. Und dann machen wir dann morgen, machen wir angleichen. Und dann machen wir die Folie rein. Ja. Dann müssen wir das machen. Sonst muss er als erstes mit einer Kette. Und dann soll er uns schon mal eine Rolle irgendwie vorne hinziehen. Eine Grube mit Weltkriegsmunition. Wir haben halt den Blick von drinnen, der ist wieder ganz anders als jetzt über die Kamera. Und so berichten wir dann, wie das aussieht und was man dann machen kann. Und dann gucken wir, was wir dann als nächstes machen, dass wir das dann weiterreichen. Wir müssen uns absprechen. Björn mit Mütze trägt mit seinem Bagger Bauschutt ab und legt Kampfmittel frei. Er muss als einziger des Bergungsteams keine Schutzkleidung tragen. Der Grund? Im Notfall wird sein Bagger hermetisch verschlossen. Dann kommt Luft weder rein noch raus. Die Halle, in der die Kampfmittel liegen, betritt er über eine spezielle Schleuse. Das heißt, wir kriegen keine Giftstoffe oder irgendwas hier hin, sondern es wird alles in die Halle reingezogen. Und dadurch brauchen wir keinen Anzug und können sauber in unseren Bagger reinsteigen. In der Schleuse herrscht Überdruck. Der erzeugt einfach gesagt einen Luftzug mit sauberer Luft Richtung Bergungshalle. Kontaminierte soll hingegen nicht aus der Halle raus. Das ist dann unser System. Und dann steigen wir ein und es geht los. Bis zum Schichtende darf Björn seinen Bagger nicht mehr verlassen. Kontaminationsgefahr. Seit knapp zehn Jahren arbeitet er als Maschinist in der Kampfmittelbergung. Hatte im Straßenbau mit dem Baggerfahren begonnen. Hier im Detlinger Teich, einer ehemaligen Kieselgurgrube in Niedersachsen, liegen unter anderem Giftgas und Sprenggranaten. Das niedersächsische Umweltministerium spricht von mehr als 100.000. Nach Testläufen beginnen 2023 die Arbeiten. Alle Altlasten sollen raus. So in dem System hatte man das noch nicht. Und darum ist das auf jeden Fall eine riesen Herausforderung. Du hast eben halt diese dicken Panzerglas-Scheiben, was alles so ein bisschen verfälscht. Und das ist schon interessant. Björns Bagger fährt nur bis hierhin mit Diesel. Gleich mit Strom. So sollen die Filter in der Halle möglichst wenig durch Abgase belastet werden. Denn sie sollen im Notfall chemische Kampfstoffe reinigen. Chemische Kampfstoffe wurden entwickelt, um Menschen handlungsunfähig zu machen oder zu töten. Je nach Art greifen sie Haut, Lunge, Blut oder Nerven an. Im Detlinger Teich wurden bislang Haut- und Lungenkampfstoffe wie Lost und Phosgen gefunden. Björn möchte sicher gehen, dass das Stromkabel nicht unter seine Schaufel gerät. Er gräbt Schicht für Schicht den Boden ab. Die Gefahr, zwischen Beton, Steinen und Erde kann jederzeit Munition liegen. Diese darf er auf keinen Fall beschädigen. Der Kollege links kontrolliert die freigelegte Erde. Der Kollege rechts jede Schaufelladung. In dieser Schaufel nichts. Ohne Vertrauen würde es nicht gehen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass selbst wenn irgendwelche Gefahrensituationen sind, dass die auch ruhig bleiben. Und auch wenn mir was passiert, wo ich sagen kann, ich kann mich auf die verlassen. Die wissen genau, was sie tun und holen mich da auch raus. Nach fast drei Stunden im Bagger nur Schutt, keine Munition. Ja, das Übliche. Leider nichts gefunden, aber viel Boden bewegt. Oh, normaler Gang, kann weitergehen. Es ist halt nicht jeder Tag so, dass wir halt nur Munition finden, sondern es muss auch erstmal in die Nähe gegraben werden. Ja. Der Detlinger Teich im Heidekreis. Zeitungen schreiben, das giftigste Loch der Welt. Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Munition in dem ehemaligen Teich entsorgt. Vor rund fünf Jahren dann die Entscheidung, die Munition soll geborgen, das übrige Wasser gereinigt werden. Messungen ergaben, das Grundwasser ist mit Kampfstoffabbauprodukten verseucht, unter anderem Asin, krebserregend. Fünf Jahre sind für die Bergung angesetzt. Geschätzte Kosten inklusive Erprobung 85 Millionen Euro. Wenn in der Halle nach Munition gesucht wird, muss Corinna die Straße sperren. Im Umkreis von 940 Metern um den Detlinger Teich gibt es eine Sicherheitszone. Laut Räumstellenleiter für Worst-Case-Szenarien, wenn zum Beispiel aus einer 250 Kilogramm Phosgenbombe der Kampfstoff entweicht. Wir haben gleich noch, kommen die Kollegen von der Firma, die bauen noch Backen auf, das ist also noch mehr, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Ob man das nicht wahrnimmt, nicht wahrnehmen möchte, keine Ahnung. Mein Gut ist ärgerlich, ich verstehe es ja auch. Wenn den ganzen Tag die B71 gesperrt ist, ist nun mal eine Hauptzugangsstraße hier. Aber ich sag mal so, die Leute sollten auch darüber nachdenken, dass es zu ihrer eigenen Sicherheit ist. Das hat ja einen Grund, warum die hier nicht durchfahren dürfen. Jetzt müsst ihr aber mal bitte vorsichtig sein, wir müssen jetzt mal langsam gucken, ob wir hier zu kriegen. So, jetzt telefoniere ich mit meinem Kollegen, wie es aussieht da hinten, ob er schon zu hat oder nicht. Joa, äh, hast du zu? Seit, seit der Örel ist gesperrt, alles klar, ich mach seit dem Munster zu. Okay, bis gleich. Ab jetzt ist Betreten und Befahren verboten. Damit kein Fahrzeug mehr im Bereich drin ist, ne. Weil wenn da jetzt noch einer angefahren kommt, ich mach auch noch nicht ganz zu, sondern ich guck noch, wenn jetzt noch ein Auto im Abschnitt ist und der ist zu schnell, das war's dann mit der Schranke. Erst am Nachmittag wird die Straße wieder freigegeben. So. 2, 1, 2, 1, 6, 0. Mike Borneck ist Chemiefeuerwerker, ein Kampfmittelräumer mit Zusatzausbildung. Er darf chemische Munition freilegen und bergen. Seit halb sieben ist er hier, wartet seit mehr als zwei Stunden auf seinen Einsatz. Jeder darf nur ein bis zwei Mal am Tag in die Halle. Ja, man wartet halt den ganzen Tag drauf. Also darauf arbeitet man ja hin, dass man auch arbeiten kann. Ansonsten ist es halt, ja, man ist halt nur da und das ist halt nicht befriedigend. Pepe Heimann ist Kampfmittelräumer, arbeitet auf Anweisung von Mike. Der ist gelernter Zimmermann, hat nach der Ausbildung umgeschwenkt, ging zur Bundeswehr. Sein Interesse für Munition war geweckt. Er fing bei einem Unternehmen für Kampfmittelbergung an. Der schützt halt vor allem, was so rumspritzt oder irgendwas. Darum ist es halt wichtig, dass wir keine ungeschützten Hautstellen haben. Und da muss man halt drauf achten. Deshalb hängt da der Spiegel, wo wir uns nochmal selber kontrollieren können. Die Schutzanzüge sind gasdicht, die Stiefel auf Kampfstoffe geprüft. Weiter wieder gehabt und das Messgerät austauschen. Das grüne rein, das gelbe raus. Okay? Mike und Pepe tragen jeweils vier Paar Handschuhe. Die weißen für den Komfort. Die schwarzen lassen keinen Kampfstoff durch. Die grünen schützen die schwarzen. Das vierte Paar folgt in der Halle. Die grünen schwarzen die Anzüge. Exakt 84 Minuten dürfen die Kampfmittelräumer die Anzüge tragen. So sollen Überlastungen vermieden werden. In der Halle darf sich niemand aufhalten. Außer dem Bergungstrupp. Sie wurde extra für die Räumung gebaut. Soll die Arbeiten bei jedem Wetter ermöglichen. Und wenn Kampfstoff austritt, die Verbreitung eindämmen. Das schwarze Gerät links sieht aus wie eine Schneekanone. Ist aber eine Staubbindemaschine. Soll helfen, wenn Phosgen austritt. Schon geringste Mengen können tödlich sein. Erstickung. Die Kampfmittelräumer arbeiten mit drei verschiedenen Messgeräten. Eins für Phosgen, zwei weitere für alle anderen Kampfstoffe. Wollen wir die auch noch in den Tausch holen? Ja, ja, die Tausch ist da. Ja, du hast aber keine Handschuhe, ne? Ja, bist du da reingemessen? Ja. Das vierte Paar. Reißfeste Arbeitshandschuhe. Es ist ja nicht immer nur Munition im Ganzen. Es sind ja auch Munitionsteile oder irgendwelche Behältnisse, die gar nicht so nah als Munition zu erkennen sind. Unter Umständen Teile von Abfüllanlagen oder so, Druckbehälter oder sowas. Fässer, die halt gar nicht als Munition eingestuft werden. Mike kontrolliert, ob der Bagger Munition freilegt. Zum Teil ist die nur wenige Zentimeter groß. An manchen Tagen haben sie nach eigenen Angaben schon 200 Stück rausgeholt. Von der 7,5 Zentimeter Granate bis zur 250 Kilogramm schweren Phosgenbombe. Teilweise mehr als 100 Jahre alt. Sie können durchgerostet sein oder mit anderen Stoffen bei der Bergung reagieren. Immer wenn Kampfstoff austritt, gibt es einen Alarm. Mikes Kollege Pepe ist für den Schaufelinhalt verantwortlich. Nur Schutt. Jeder Arbeitsschritt wird mit acht Kameras von ihm überwacht. Räumstellenleiter Heinrich Hohermann, von allen Heiner genannt. Jetzt sind wir hier am Abernten, am Weggraben und da kommt kaum noch Munition. Ein paar Nebelpötte gefunden und so ein Kleinkram. Ein bisschen Munitionsreste, aber zurzeit ist keine Munition da. Aber kann sich in fünf Minuten schon wieder ändern. Heiner ist 61, hat 20 Jahre lang draußen Munition entschärft. Der Einsatz am Detlinger Teich sein wohl letzter. Wenn sie fertig sind, möchte er in Rente gehen. Egal, wie lange es dauert. Noch zehn Minuten. Danke die Herren, das war's. Ich sag Handzeichen jetzt nach draußen und jetzt dürfen die Raucher eigentlich nach draußen. Innerhalb der letzten zehn Minuten müssen Maik und Pepe die Halle verlassen und ihre Schutzkleidung ausziehen. Nein, Munition nicht, aber wir haben viele Steine gefunden. Ja, das war nicht so erfolgreich. Ja, keine Munition, nur Beton, nur Bauschutt. Nach jeder Bergungsschicht haben die Kampfmittelräumer Pause. Körperliche Leistungsfähigkeit und Konzentration sind entscheidend. In der Zeit zwischen den Einsätzen haben sie wenig zu tun. Kennen sich mittlerweile gut. Die zehn Leute oder zwölf Leute, die sich hier unten eigentlich die ganze Zeit aufhalten, die hocken ja ständig aufeinander. Das ist schon wichtig, dass man sich versteht. Doch, doch, doch. Da ist immer ein bisschen Necken mit dabei, aber... Wenn wir gerade so einen Einsatz wie gerade hatten, wo wir halt nur Betonschutt und Sand und Erdreich rausholen, ohne Munition, dann ist es halt auch mal ein bisschen entspannter bzw. ruhiger für uns natürlich. Die Maschinenführer müssen halt manchmal ein bisschen mehr erkannt sogar, obwohl es nur im Bagger ist. Das meint man nicht, aber anstrengend ist es trotzdem. Ja, wenn die Einsatzzeit dann irgendwann vorbei ist, dann freut man sich dann auch ein paar Minuten mal, vielleicht auch eine Kleinigkeit essen zu können, genau. Sieben Uhr morgens. Am Vortag haben sie viel französische Munition gefunden. Und hier haben wieder einen schönen Tag im Diedlinger Teich. Nur eine kurze Ansage. Erstens, wenn wir Munition rausholen mit dem Greifer, möchte ich, dass ihr da eine Kette dran macht, dass ihr ein bisschen höher kommt. Nicht, dass ihr euch mit dem Kopf an dem Siebnöffel stoßt und dass der Baggerfeuer euch besser sieht. Okay? Kein Problem. Dann, egal wie stark ihr seid, nicht mit der Hand greifen, sondern immer Einsatz von Maschinen. Ich brauche hier keinen mit einem kaputten Kreuz. Dann nur nach vorne die Aluboxen, wenn sie voll sind. Oder ich sag's an. Zum Beispiel, wenn wir jetzt vier Fünfzehner liegen haben, warten wir noch eben der nächste Gang zwei Stück ab und bringt die dann nach vorne. Wer geht als erstes rein? Ja. Wüsste Bescheid, ne? Wir machen beim Franzosenleut an der Kante weiter. Okay. Für Lucas Santos ist die Arbeit am Diedlinger Teich sein erster großer Einsatz. Seit vier Jahren ist er Kampfmittelräumer. Hat als Helfer und Maschinist auf Baustellen gearbeitet. Chemische Munition ist für ihn neu. Ich bin zufällig in den Beruf reingekommen und ich wusste nicht wirklich, was Sache ist. Und dann hat man sich da ein bisschen reingearbeitet und dann auch mit der Munition und auch mit den Bomben und so alles. Das ist einfach sehr spannend. Für die Zeit am Diedlinger Teich wohnt er in einem Ort in der Nähe. Bis zum Kindergartenalter des Sohnes kam seine Familie unter der Woche mit, um ihn nach Feierabend zu sehen. Lukas möchte bald Druckführer werden, um dann die Zusatzausbildung zum Chemiefeuerwerker machen zu können. Ich bin eigentlich gelernter Gärtner. Drei Jahre meine Ausbildung gemacht. Ein Jahr in dem Beruf tätig gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nichts für meine Zukunft. Ja, wir haben gestern 34, 155er, französischer Bauart weggefahren. Die haben wir gestern rausgeholt. Und heute sind wir wieder in unserem sogenannten Franzosenloch und holen wahrscheinlich noch ein paar raus. Ich denke ein paar Dutzend. Granaten mit 10,5 Zentimeter Durchmesser. Im Diedlinger Teich liegt viel sogenannte Beutemunition aus verschiedenen Ländern. Die Aktenlage ist zwar dünn, aber laut Zeitzeugenberichten wurden auch Abfälle und Fehlchargen aus der Herstellung von Kampfstoffmunition im Teich entsorgt, undichte Bomben zur Löschung ins Wasser geschmissen. Ich höre. Ich höre. Die Kriegs-Polizidenkummer, willst du in eine Kiste haben? Bis zum Rand. Das Gefährlichste in unserem Job ist wie in jedem Job die Routine. Wir müssen die Spannung hochhalten. Das ist das Problem. Und wenn du eine nach der anderen rausholst und die vor allem, wie sie jetzt sind, in einem wirklich noch sehr guten Zustand, ist das schwierig, die Spannung hochzuhalten. Ich muss aufpassen, dass sie nicht zu Larifari werden, jetzt mal so salopp gesagt. Lukas und seine Kollegen hören auf den Chef und nehmen den Greifer. Die französische Granate wiegt mehr als andere, enthält wahrscheinlich Fosken. Diese kleinen Warngeräte, Fosken-Warngeräte, die sind derartig empfindlich, dass die Alarm schlagen, bevor wir überhaupt was sehen, bevor wir überhaupt was rauskommt und dann hauen wir schon ab. Dafür habe ich auch die zwei Schneekanonen, Nebelmaschinen, die schlägt Fosken nieder. Sobald da was Fosken abgeht und das geht in eine Konzentration, die mir Sorgen macht, schlage ich den nieder, dann wird das so Säure umgearbeitet, das Fosken, und dann versickert das im Boden. Und wenn das dann passiert ist, müssen wir uns an den Kopf kratzen und sehen, wie wir das weitermachen. Die letzten Minuten für das Team von Lukas. Jetzt sind die nächsten dran. Wasser und Spülmittel sollen normalen Schmutz entfernen. Wenn Kampfstoffe austreten, ist die Reinigung aufwendiger, denn Kampfstoffe wie Lost sind extrem giftig, verätzen die Haut. Eine schnelle Behandlung mit beispielsweise Seifenlauge zwingend. Bis auf Maske, schwarze Handschuhe, Stiefel und Unterwäsche wird alles vernichtet. Mission gelungen. Wir haben ein paar Granaten ausgeholt. Ja, das war sehr entspannt und auch sehr schnell. Also wenn man was zu tun hat, dann geht's sehr schnell da drin. Merkt man auch gar nicht. Deswegen, nur kommt mal nix draußen gewesen. Jeden Tag, wenn am Detlinger Teich etwas gefunden wird, wird die Munition weggebracht. Eskortiert vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die geborgene Munition kommt zehn Kilometer weiter zur GK, der Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten. Hier soll die Munition entsorgt werden. Auch hier gelten extreme Sicherheitsvorkehrungen. Niemand außer den Experten darf auf dem Gelände sein. Auch für das Kamerateam heißt das eigentlich betreten verboten. Um die Entsorgung trotzdem zeigen zu können, wurde diese Granate bereits im Vorfeld unschädlich gemacht. Auch sie lag einmal im Detlinger Teich. Die Feuerwerker bereiten die Granate für die sogenannte Delaborierung vor. Das heißt, die Munition wird in ihre Einzelteile zerlegt. Kampfstoff von der Hülle und vom Sprengkörper getrennt. Dafür fräsen sie sie auf. Später bei der Vernichtung im Sprengofen wird die Munition bei bis zu 600 Grad verbrannt. Der entstehende Rauch speziell gereinigt. Ein wichtiger Schritt. Denn Deutschland hat sich verpflichtet, keine Chemiewaffen zu besitzen. Wie fast alle Länder auf der Welt. Während der Delaborierung darf niemand vor Ort sein. Die Fräse wird aus dem benachbarten Raum gesteuert. Philipp, ich fange jetzt an zu frägen. Jawohl. Das ist ganz normales Kühlwasser ohne Zusätze. Weil sonst, man sieht es hier auch auf dem Röntgenbild, wenn ich jetzt hier reinfräse, erhitzt sich die Hülle. Und wir wollen nicht, dass der Sprengstoff hier in dem Zündersack zur Explosion kommt. Das Ziel, Kampfstoff und Munitionshülle sollen kontrolliert getrennt werden. Das Kackgitter kommt ja selbst gleich ab. Dieser Trupp, der die Granate eingespannt hat, geht jetzt in die Kammer und entnimmt diese Granate. Vorher wird eine Probe genommen, um den Inhalt erst mal grob zu bestimmen. Und dann wird die Granate verpackt und der Entsorgung zugeführt. In separaten Behältern werden die einzelnen Komponenten jetzt vernichtet. Auch der Bauschutt aus dem Detlinger Teich wird bei der GK gereinigt oder entsorgt. Ein anderer Tag am Detlinger Teich. So wie es aussieht, sind das wohl kleine Nebelpötte. Das ist aber auch ... Das ist aber auch ... Lukas, wiederhol mal bitte. Christian, es geht richtig. Ja, dann raus mit euch, beide. Soll ich einen Rettungstrupp schicken? Kann ich wieder nehmen, bitte? Raus mit euch, beide. Ich schicke euch einen Rettungstrupp oder brauche das nicht? Okay. Der ist eben schlecht. Christian ist schlecht geworden. Heiner sagt, einen Notarzteinsatz gab es bis jetzt erst einmal. Und der nicht wegen Kampfstoff. Sanitäter, hallo. Heiner hier, Christian ist schlecht geworden. Fahr zur Schleuse und nehmt ihn mal entgegen. Machen wir. Jeden Tag sind zwei Sanitäter und ein Notarzt vor Ort. Doch die dürfen nicht in die Halle. Deshalb hat Heiner ein zweites Team aus Kampfmittelräumern alarmiert. Ein meiner Leute ist schlecht geworden unten im Dings. Wir haben aber keine Anzeige von Kampfstoff sonst was. Ich hab die Sanis hingeschickt. Die holen den bei der Schleuse ab. Der Rettungstrupp, Kampfmittelräumer, müssen im Notfall in kompletter Schutzausrüstung in die Halle. Den Kollegen rausholen, Schutzkleidung entfernen und ihn dekontaminieren. Die Sanis kommen gleich, dann könnt ihr wieder weggehen. Dem Christian geht's noch gut, der geht noch selbstständig raus. Die brauchen nicht bergen, der ist nicht kontaminiert, nix. Ihm ist schlecht geworden, wir haben aber keine Anzeige von Kampfstoffen usw. Vielleicht ist die Belastung zu hoch gewesen. Aber wir sollen ihn durchschecken. Und wenn der Doktor sagt, ab zum Krankenhaus, geht er dahin. Immer unser Satz, morgens wie abends und während der Gänge. Geht's einem nicht gut, nur ein bisschen schlecht usw. Raus. Besser, du kannst noch selber rausgehen, als wenn ich da einen rausschleppen lassen muss. Und so ist er noch ansprechbar. Stell dir mal vor, er macht noch fünf Minuten länger, kippt um. Dann haben wir da einen. Bewusstlos in unserer Maske, gar nicht lustig. Wenige Minuten später. Der Sani hat gerade gesagt, dass es dem Kollegen jetzt nicht so gut geht. Die holen externen Rettungswagen dazu. Der wird an der Schranke übergeben und kommt zum Krankenhaus. Wird untersucht, der Kreislauf. Und die Werte gehen wohl nicht wieder gut oder gehen nicht in Ordnung oder sonst was. Deswegen wird er rausgefahren zur Untersuchung. Wir warten ab bis zum nächsten Tag und dann geht's weiter. Ich frag noch mal nach, ob das irgendwas noch Besonderes gibt mit den Männern. Aber sonst gehen wir gleich weiter. Der Rettungstrupp ist da, alles ist da. Am Abend ist der Kampfmittelräumer wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Kreislaufprobleme, keine Kontamination. Ein anderer Tag. Eine Besonderheit an der Räumstelle des Detlinger Teichs. Die Munition wird noch vor Ort geröntgt. Ja, also geht's jetzt laufend so weiter. Röntgenfoto, volles Programm. Gut. In der Röntgenhalle arbeiten zwei Feuerwerker. Für Heiner die anstrengendsten Stunden am Tag. Denn jetzt muss er Röntgen und Bergung gleichzeitig überwachen. Durch das Röntgen sieht Heiner, ob die gefundene Munition Kampfstoff enthält oder nicht. Das Ergebnis der ersten Granate? Das ist der Flüssigkeitsstand. Da siehst du das dran. Das ist das Oberteil, was wir gut geführt haben. Hier ist die Schraube, die Füllhochschraube. Und da ist der Flüssigkeitsstand. Auf der anderen Seite ist die voll. Und deswegen ist er schwarz. Und daran erkennen wir, dass es voll ist, flüssig. Das ist eine 21 Zentimeter Kampfstoffgranate italienischer Bauart. Die sieht deswegen so kurz aus, weil die Haube fehlt. Die Haube hier, da drunter, die wird aufgeschraubt. Darunter ist die Zerlegeladung. Und da ist die Zünderbuchse. Das hier seht ihr da, das ist die Füllhochschraube. Und was wir hier gefunden haben oder finden, das ist der Wirkkörper. Und daran seht ihr die Flüssigkeitsstand. Da ist Kampfstoff drin. Fosgen. Nach unserem Kenntnisstand. Mehr als 23.000 Munitionsartikel in einem Jahr. Es läuft hier wirklich gut. Die Röntgenanlage funktioniert, die Männer laufen gut, die Technik läuft mit kleinen Einstrichen gut und so weiter. Wenn sich das noch ein bisschen besser einspielt, das alles mit dem ganzen Kram, dann sind wir weiter als manche denken. Glauben wir das. Oder es kommt Überraschungen. Die können wir nie ausschließen. Irgendwelche Munition, die uns ärgert. Oder eine Menge, die wir nicht einschätzen konnten. Aber sonst bin ich überzeugt, dass wir weiterkommen, als mancher das von außen erwartet. Schätzungsweise rund zehn Meter Tiefe liegen noch vor ihnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.